Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Aufnahme Let's play Main City zusammen mit dem EXO, ich war mal wieder bei 2 Handy von Somnia Ja, und es geht los nach dem Intro So, äh, EXO kommt es auch noch so näher Ja, ich bin mal auf dem Weg Hinrennen, oder? Ich renne gerade hin, ja So, ich bin auch noch ein Rennen, okay Ähm, ja Nachdem ich in der letzten Aufnahme gestorben bin, du hast den Typen gekillt, ne? Ich hab den Typen gekillt, ne? Ich hab den Typen gekillt, und jetzt war ich 156 Kugis, zwei Kuchen War, war der Typ eigentlich gut? Ja, geht so Besser als ich und schreit Obwohl ich ihn ja voll mit der Granat abgeworfen hatte Also, er hätte eigentlich zwei herzen Minus haben müssen Weil er hatte voll einen goldenen Apfel gefressen Hatte ich eigentlich auch voll machen sollen Aber egal So, das soll ich jetzt auch nicht, und so lange habe ich jetzt auch nicht gelebt So, so viel zu mir jetzt hat ich eigentlich auch nicht so, weil ich weiß Naja Nicht so tragisch Ja, heute ist, also diese Folge müsste übermorgen bei uns kommen Ja, am Freitag gibt es hier einen Livestream auf Twitch.tv Kann ich jetzt mal so ein bisschen sagen Für die, die zum Beispiel nur 1.000 gucken Und vielleicht die restlichen, die es nicht Da werden wir vielleicht ein bisschen 1.000 spielen Auch wo es vielleicht auch auf EU Je nachdem, wie viel jetzt aufnehmen Wahrscheinlich nur eine Stunde Heißt, wir folgen Also genau bis Freitag Da werden wir dann 1.000 spielen Vielleicht eine BVP-Map Die dann bei dem Info-Video in die Kommentare schreiben könnte Dabei sein werden ich, der Ex-Horor Der, von denen ich mich zuerst Das ist unhöflich Also Ex-Horor Lennart, Christian, ich und vielleicht noch ein Fünfter, der bisher Wenn ich immer wieder mal kurz erwähnt, damit alle Bescheid wissen Freitag 15 Uhr Twitch.tv Am 1.11. M-zielle Hm Soll ich ein Sammia Soll ich微 bist ein Sammia Ich bin gleich einshoremen Ich seh schon Ich bin schon Ah ja Komm, 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 mach, Tá tuningig Bin schon da, oder? irgendein Typ und dann sich getötet ich von aus die immer schlimmste vermuten hier oder hießen spieler ich mache ich hatte mich an Kraft im Jan hat er mich an er hat mich an ab und hat er Prozent Folie also genauso wie ich halt ja ich komme von unten hatte der bisher nicht einmal gehittet doch also eben hatte mich untergestoßen aber seitdem hatte mich hier mal geht nicht nein ich habe nur eine Luftblase und au der kann nicht mehr viel Leben haben ja, getötet und ich habe auch vier Herzen boah, alter war nicht gut ah, das ist ja eine Kirche von euch Mann, ihr trinke gleich oh, der hat ja richtig viel Stuff alter de fuck, der hat ja richtig viel also essen und alles alter, wie viel Weed geil mal, ich dachte, der hat ja gar nichts aber der hat ja richtig geiles Zeug also richtig geil jetzt nicht, aber der hatte jetzt alter, der hatte, äh, acht Weed und gekauft und Schere Bandage und Grundfarbstoff alter, geil oh cool nice, nice, nice ja, kurz Cookies Cookies, Cookies, Cookies du glaubst auch, ne? ja, ich bin aber jetzt noch gerade in Chrome mehr keiner wusste das das ist in der Nähe, äh, von wo wir geschwommen alter, noch mehr ich habe jetzt gerade in einer Kiste wieder zwei Weed gefunden, alter, ich kann jetzt äh, äh, fünf, sechs, äh, Kekse craften ne? alter, ich hab fünf, sechs, äh, Kekse jetzt geil was? ich hab fünf, sechs, Kekse jetzt loil ja, ist richtig geil, man wie geil, was ist das denn, alter? sag mal, fünf, sechs, Kekse direkt von Anfang an loil, ist jemand gejoint na, okay, denn weiß ich nicht, ob ich das kann, man ich hab richtig wenig Leben und kein Schwert, also ein Holzschwert halt ich hab zwar die richtige Essen, aber ich hab nix ansonsten ja, wenn ich jetzt sterben würde, das wäre so ärgerlich aber geil, man, fünf, sechs, guck ich jetzt hier direkt instant und ich kann auch ne Pilz zu beraften geil wie ich erst sage, ja, fünf Stacks und dann du so ah, fünf Stacks ich seh den Typen oh, du bist ja auch hier lol so, ich hab von mir nur der Teilschwert verzaubert direkt ich bin tot lass mir meine Cookies auf lol der Heck ja, keine Ahnung kann sie killen? fuck bist du tot? ne hast ihn gekillt? ja, der hat mich fast gekillt scheiße, das ist noch jemand das ist jetzt noch jemand gespawnt fuck, war der Platinum oder sowas? nein lol ich hab direkt vor mir noch ein Leder-Noob und hier ist noch ein Leder-Noob gespawnt the fuck ich bin Holyfire was bist du? oh, loy was, 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 was? Holyfire ist hier äh, ne, warte, warte, der hat mich eben angeschrieben nicht, nicht killen, nicht killen nicht killen oh, loy, jetzt will der mich killen war er so klar ich zeig den Pies, der zeigt Pies und jetzt renn ich weg und der will mich killen Hilfe nein, das Wasser ah, nein, nein, nein oh, loy ach so, doch nicht, oh, loy, sorry, 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 sorry ich dachte schon, der ein Typ für mich angreifen er läuft mir nur der her und macht nix oh, jetzt hab ich ihn geschlagen tut mir leid das ist mir noch der her was macht er denn? stockt der mich etwa Hilfe nicht angreifen was macht der denn? was macht der? was macht der? ich hoffe, ich muss sie hin, oder? ich weiß gar nicht hast ihn gekillt? nee, oder? Fokus nee, hier, Holyfire oder so nein, nein heiße Anti-Logern nicht wie geht das denn? ja, nicht ich glaube, eigentlich ich bin glaub ich grad aufs Meeresschwamm ich bin dumm dann kann man geschrieben so nicht den Lot aufsammeln von mir von Epic Derb genau mit 4 oh, ich sehe in Chat schon Antilogger NPC da kennt der uns auch? Leu Hukala, der hat mich auch irgendwann geschrieben warte weil das ist ja auch insofern weil ich auch der es wieder mehr sind gut nur der kippen nein ich kann ja wirklich jetzt märz mit 0 der antilogger im PC muss erst mal dran glauben haben die alle beiden auch mitgeprügelt alle haben mitgeprügelt was sagst du denen wo wir sind man klar dass es durch den buchten ich habe nur einen was gesagt ja dann habe ich nichts gesagt ein paar welchen muss das wollen wenn ihr es wollt dann gibt es krieg wo ja ich werde auch dran glauben aus mit egal mal kommt wo seid ihr wo seid ihr seid ihr kommt schon da nur leckende ein bisschen weg ich komme und zu bettagen ich in der weiß ich nicht schon weg ich bin mir lieb ich noch ich bin schon lang tot naja ich hab' den Speedport ich versuchte ihn einzusetzen der eine da gibt es vielleicht jetzt auch die ganze in der gelaufen habe nichts gemacht Antti aber diese Antilogger im PC und der andere man kann auch er hat und bei uns um das mit diesem Poli Feier das ist ein Ziel und ich bin wenn alles noch muss es ist es geht es kann nicht bei uns gleiche Hukala ist nicht Holyfire. Holyfire ist Antil. Oder wenn ich wieder. Was? Das Netz ist ja was voll. Hä? Ich bin doch Premium Member. Warum kriegst du denn kein Service Slot? What the fuck? Was? Ja, ich bin hier auch noch ausgelockt, die Mongos, oder was? Nee, nee, da war grad, äh, hier, warte. Sie ist, äh, Player... Nee, warte. Nee, hä? Warum bin ich denn jetzt gekickt worden? Kickt worden, weil ein Spiel mit Lohnes war. Leute. Achso. Ich lebe noch. Geil, Mann. Wo sind die Mongos? Die weg? Die sind weg. Ehrlich, jetzt? Ja, und da los ist weg. Schrottlos schreiben, hier. Nee, Anti-Locker-NTC ist noch drin. Anti-Locker-NTC. Der hat mich auch gar nicht angeschrieben, aber der ist halt weggegangen. Und was mit dem anderen? Loll. Achso, wer will das? Der war friendly, der war friendly, der war friendly, den den grad gemördert hast. Wir, durch die mit beiden. Der war nett. Alter, was soll das? Wie soll das? Das war ein bisschen. Du, der war stabil, der war ärgerlich. Okay, du, Spawn-S Kazakhstan amortieren. Ja, du bist ja jetzt geschehen, wie ist es gestorben? Ich hab mich nicht genommen. S why I don't. Okay, wo ich bin jetzt? der ist mit der gelaufen aber nichts gemacht der Summe er hat vom Rennen ja okay mit einem Sporn und ich bin Prozent das hat so das hat so gut Kälte Kieler ich bin von ihr in die Konkurrenz für bei X 100 also was von 18 das ist nicht in der Nähe das ist nicht in der Nähe da wusste auch das wollte ich sagen alles ja dann bis in Potsdamus bluten war mir noch nie so richtig im Netzpläte glaube ich bist du ja ja äh du bist nicht gesporned hier auch 10 warte wann haben wir angefangen müssen noch nicht schon aufnehmen weil die Magathotten Cut und guck nach wie lange schon aufnimmt da bin ich wieder oder der Markt konnte man sie machen aber wir haben bis jetzt fünf Minuten ist fast eine Folge ex-sacrata solch die Tuchladung schlatsch eine Lippe nicht so glattig hoch werden wir noch nicht den Erfolg in Schrecken Mungo ich möchte es zeigen die Scheiße die sie in der Eier nicht das hochladen wissen die alle, wie scheiße die sind deswegen werde ich das hochladen das heißt, die hat alles hoch warte, warte, warum war jetzt der eine, zwei verschiedene Personen verstehe ich nicht auch war er überhaupt nicht, man ist so dumm warum so dumm ja wie dumm kann man sein, einer war Holy Feier und der andere war Holy Feier aber Holy Feier andere Account hieß Antilogger in Pc das heißt aber Antilogger in Pc und Holy Feier jetzt ist es schon ok wo bist du ich bin immer noch ein Postmaus okay ich komme ich hatte aber noch jemand angeschrieben das weiß ich ich komme mal ganz kurz hier kennt mich gerade jemand oder hallo hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Wind das war erst mal im Hintergrund mein in folge hee ich hab kurz dieser Tag durchsicht äh ich hab ne Melone vollständig vollständig hochkommt komm wo wo bei Friedhof oh nee Portman ich bin in Portmanus ich weiß woher äh kommt zu Kirch und dann Richtung Wasser hat sich gerade in die eine Richtung ich verweiratet weil ich warte alle kommen Richtung Waffen wenn man was er will ich bin für die nicht mehr schweißen und wenn jetzt nicht laufbar am Ufer entlang kommt bei dem Kraft im Auftrag im Auftrag im Auftrag im Auftrag dahin hierher ich bin hier wartet ich komme aber die Sonnenschläge auch in der Jahr im Koffinghaus ja und ich bin im Koffinghaus nie im Wasser oder vorne der Füchel hat er jetzt vorne die Unordnung ist auch noch alter die Kinder nicht mehr und jetzt auch noch so ein bisschen schneller als ich im Wasser ich kann doch gehen ich gehe doch gerade hin ich habe ich habe noch vier Herzen und er schießt und ich habe kein Bogen und leute es ja dazu hat auch ein Bogen ja ich habe ein Bogen da war ich habe ein Blut Bogen 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 hat er auch Falle da ist der Bogen warte ich will auftauchen ich brauche den Bogen na ich brauche den Bogen 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 nein ich habe keine Pfeile great eh great 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 great